was geht leute willkommen zu dragon ball breakers ich hoffe du bist auch mit dabei ja leute wir spielen jetzt mal eine runde breaker wir haben vorhin eine runde so dinger test durchlauf gemacht ob wir es noch drauf haben wir haben es überhaupt nicht drauf aber egal für uns wir haben gewonnen aber naja leute wenn ihr mehr von breakers wollt abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da und schaut unten in der videobeschreibung dass alles fliegt die ganze zeit mein lokal der redmint her und klaut die ganze zeit meine sachen deswegen läuft man alleine ich habe nicht mal stufe 1 das popovic habe also die haben du jetzt dinger von dieser ausgeholt genau der bereich wo ich bin ja ich auch ich bin auch mein sprung dinger nicht gesprungen oh mein gott ich bin raus ich bin raus irgendjemand liegt schon die ganze zeit was ist das hier oh mein gott der ist bei mir raketenwerfer ich höre den wo ist der von den dinger mal ist gebucht jetzt moro guabu chillt hier moro gay wegen was ist da jemand noch der chillt oh mein gott sagt mir nicht der ist super wo gewonnen hör mir auf nein noch nicht vorbei erst bei mir ich habe stufe 2 ich gehe den bang ich komme auch ich habe einen schluss von halter wo ist der penner man kann unendlich lang schwimmen wo ist mein gar nicht geruch oh der hat mich jungs jungs der hat mich wie schnell fliegt der mich ey wie fliegt man weg ey ich bin gerade erst neu aufgestanden man ey ey wie fliegt man weg wenn man transformiert ist ey ja fick mich alter fick mich ich bin komplett weg ich bin nicht mal nok ich hasse dieses spiel alter ich klicke dieses spiel gar nicht oh mein gott der wird jetzt kitbu glaub ich oh mein gott oh shit oh mein gott noch nicht komm alle hier rein sind die nebens mitte oh gar nicht der hat den ries w resources oh ne der ist mich jetzt der hat mich gegessen ey jami cricke Ich bin in dem drin lang. Ich auch. Wir sind in seinem Bauch. Euer Bauch sei Knappe. Oh geil. Jungs, wir müssen hier raus. Ich bin übrigens auch hier drin. Kann jemand heilen. Ich bin tot. Komplett gefinisht hat er mich. Ach so. Hat jemand geheilt. Wir müssen hier raus. Er soll ich dir diese Dinger geben, damit du dich heilen kannst. Ja, gib mal. Wie geht das nochmal? Hä? Ah, der ist hier. Oha. Kann ich fliegen dann? Flieg einfach. Mit welcher Tasse bist du geflogen? Der hat mich getroffen. Ich flieg jetzt einfach. Ich hab gar nichts gedrückt. Bist du transformiert? Ja, du hast transformiert. Ich wollte mich gerade die Kamera nachgeben. Ich bin noch Jungs. Warum musst du diese Kokos rausreißen? Aha. Da war ein Kokos mit Fatboot. Der hat den nicht rausgerissen. Ich bin wieder da. Shit. Ja, der hat Kokos rausgerissen, wo Fatboot drinne war. Jetzt hab ich meine Items nicht mehr. Wir haben den schlimmsten Gegner aufbauen. Aha. Vorbei. Ich bin weg. Oh shit. Oha. 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 Wie hat er euch genommen? Oha. 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 Jungs, könnt ihr auch Funak machen? Oha. 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 Schlimmste in Breakers. Oha. Was geht? Oha. 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 Arigatou gozaimasu Hast du keine Kapseln oder so? Nein Was ist der? Rennen oder renn Ja Also renn nicht Das ist alles taktischer Rückzug Rettet die Zivilisten Wir müssen sie evakuieren Wir fallen uns auf Zwei du zwei ich Zwei du zwei ich Nimm Ich hab zwei genommen schon Nimm Ich hab Heilung wenn ich dich seh dann geb ich dir Dani nein Ist der hier oder was? Ja Wieder ich Wieder ich Nein Heik dich Hey der hat mich genommen Ich muss sie weg Oha was macht der Ich muss sie weg Der hat mich aufgegessen Oh nee Der ist Der wird zu Superbow Oh nee Der hat mich aufgegessen Der wird vor meiner Fresse zu Superbow Oh Jungs Zu Evilbow Ich hab mich versteckt Ich hab mich versteckt Nein Superbow Der sucht mich Der sucht mich Der sucht mich Der hat mich nicht gesehen Jungs der hat mich nicht gesehen Ja 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 du Penner Nein 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 Komm nicht runter Komm nicht runter Wenn du ein Ehrenmann bist Bitte geh Bitte Jungs konnte mich heilen Ey was macht der Ich bin tot Ich bin komplett tot Wieder Ich kann nicht mal spielen Alter Ich kann nicht mal spielen Dankeschön Nimm das noch Wie benutze ich das? Ah jetzt Hey Mushi Da steht Mushi Mushi ist am Boden Wo ist D? Du mal drück Optionstaste Drück Optionstaste Ich bin bei D Aber wo musst du Schlüssel hin tun? Ah da vorne Das leuchtet gelb Warte ich Hälfte Dann geht schneller Ach gelb So da vorne Ja ich lauf gerade dahin Wir können auch direkt hinfahren Mit den Dingen Der kommt der kommt Der hat dich gesehen Oh shit Ey der hat mich Genau vor diesem Platz Für Schlüssel Total ich habe Meister Kaiju Jedes Mal jetzt gesehen Jetzt ist genug Der übertreibt deine Lage Was Bruder Ich war der Letzte Oh du warst der Letzte Was geht Meister Kaiju Der denkt Hey du bist das erste Mal Die anderen beiden kenne ich schon Leute das war's mit der Folge Von Breakers Ich hoffe es hat euch gefallen Abonniert aktiviert die Glocke Lasst eine Bewertung da Und schaut unten im Video Beschreibung Dein Eisbelinkt Ade Das ist Untertitel des meiste Die Getre에게